Los! Hier, hier. Get on the mo! Komm raus Flint! Deine Claptrap-Einheit ist wieder da! Mhm. Oh, I don't let it burn. Oh fuck, ich steh auf so ner Scheiß-Plattform. Unsere neuen Folterpüppchen Jungs, heizt ihn ein! Ich frag mich immer, wieso hab ich dich heute fast? Ja, das ist er. Machen wir das auf sein? Ich komm von der Zeit noch ein paar. Ja, ich hab ihn aufgehoben. Ich hab den Boss aufgehoben. Oh, mein Gott. Ah, der ist der Feuer! Wadda, wadda, wadda! Wadda, wadda! Wadda, wadda! Oh, fuck! Der hat der Pilo. Oh, zwei, drei. Und jetzt ist er am goal. Überflucht. Ich hab ihn mal viert. Ja aber... Überflucht, schnau, 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 schlau, schnau, 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 schnau... Aber ich kann immer schieben. Der ist zu fern. Alter, der gerade einfach so ne... Aua. Ich bin tot. Nicht mit mir. Aua, ich bin auch tot. Einfach draufballern, einfach draufballern. Nein, ich habe ihn so... Nein, ich bin ja tot. Ich bin wiederbelebend. Ja eben, baller drauf. Ja, ich bin wiederbelebend. Ich muss jetzt wieder hochrennen. Oh nein. Ne, ne, ihr könnt das schaffen, ihr könnt das schaffen. Tim, go, go. Ich auch. Das war easy knapp. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, nice. Nice one. Ich habe aber keinen Bock an das hochzunehmen. Ah, doch nicht alles hochzunehmen. Ne, ich habe es gerade gesehen. Und was weißt du, was passiert ist? Ich bin runtergefallen. Es war nur eine. Warte auf mich, ich bin runtergefallen. Nein. Oh man. Ja, ich sitz auch gleich. Ich hab's gleich. Ich bin runtergekommen. Kann mich jemand drüber gehen? Ich bin nur so oben. Ich bin... ich bin da vom Hochland. Du bist so runtergefahren, ist er nicht mehr... Oh nein! Du bist jetzt runtergefahren? Nein! Wo bin ich gespawnt? Zu runtergefahren! Nächstes Level! Wo bin ich gespawnt? Zu runtergefahren! Nice! Wie lange überlegst du es nochmal? Ich glaub's ja nicht, ich bin zu untergefahren! Ja! Ja! So zu so! Okay! Jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schick! Warte noch bis hier oben wohnt! Nein! Ich bin dabei! Schneller! Schneller! Ich hab zwei! Ach wirklich? Dafür hab ich die OP-Waffe vom Bus! Eben! Das ist ja ausgeglichen! Wartet ihr noch auf mich? Oder warte 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 ich will noch meine Waffe ausrüsten! Lass uns Segel setzen! Lass uns Segel setzen! Warte gu- guck mal was ich für ne Gnade hab! Alter! Diese OP! Ich hab alles für Explosionswaffen! Kostet das nicht etwas? Kostet das nicht etwas? Kostet das nicht etwas? Kostet das nicht etwas? Dies ist ja so. Welche Waffe. germanic으면 in die nur eine garme versuche? gospet das nicht, hide einfach. Was ist denn meine waffe für ein für eine Waffe Deorauss ist der Waffe? Ist der Waffe eines um ihre Porte? Der Waffe ist und Why? Ep! Der Waffe ist bei dem Mulcah Schuss der Waffe und ihn fassig! Waffe ist tatsächlich so knackig! Walgar? Gut Du kannst auch die andere brauchen! Waffe disgusting... Also zeig mal, Pastor. Oh ne, die kannst du haben. Und war die Tabu. Und die ja. Oh ne. Ist schon gut, ich hab meine. Super. Lauf dir jetzt nicht zurück in euer Camp. Oh, gute Idee. Wichtig ist, dass wir spielen oben und verziehen uns in unser... Ah, jetzt hab ich schon wieder eine Karte gefunden. Jetzt hat sich der Spie so umgebläht. Ja. Werden wir nicht. Ja. Ja. Weitere. Na ja. Wacht. 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 Dieser Automat wird digital Oh, die Autos Oh, yeah Da bin ich reichend Das war nicht so schwierig Fantastisch Oh, we got you Hallo, war nicht gerecht Was hat mich gekillt? Ja, du machst ihn da aus Ich kann auch nicht mehr Ich sterbe hier nicht Ach, jetzt Was ist denn hier? Wo waren wir nochmal? Du musst neuer Stärke hier Ich bin hier Ich bin bei dir Du hast einen Kumpel hier Ich bin bei dir eine Sirene gekämmt Ich bin bei dir eine Sirene gekämmt Jääääh Ah, ok Warte, hab noch ne Waffe aufges- ne, doch nicht Ich bleuchte in Munition Was? Was? Phasenverschiebung wird ausgeführt. No, sehr gut. Warte kurz, ich hacke das Catch-a-Ride. Was machen wir dann? Nein. Es liegt ein Pimento-Tacho an einem Pimento-Tacho. Wie lange geht jetzt dieser Fahrt noch? Können wir nachher dann schauen. Ha! Es tut das Catch-a-Ride sagt, danke du Penner! Tornen Penner! Ich könnte euch in mich rein teleportieren, also. Aber einer muss alleine verachtet. Ey! Welche Sachen. Ja, super! Fan! Du Fästchen! Und Pascal, du musst ein zweites Fahrt exportieren. Ich tue es nicht. Aber ich könnte... Wir müssen über die Brücke! Ich würde! Hast ja die Schwurde vergessen! Ey, du hast ein bisschen Feiern. Wenn du fährst, nicht ich. Ja! Nein, ich komme hier mit. So schlecht! Fass gar nicht mehr! Lass mich fahren! Super, ganz toll. Was ist denn witzig? Also ich versuche meine Baustürze zu machen. Ich habe die Baustürze zu machen. Ich muss auch nicht mit der Baustürze zu machen. Ich habe die Baustürze zu machen. Ich habe die Baustürze zu machen. Ich habe die Baustürze zu machen. Wo? Unnötig? Ich will alles was du hast! Gefestet! Wieder überleblich! Jetzt beweg dich nicht! Großartig! Ich finde das was an dem Papier! Hier kommt niemals das Sanctuary rein, hier Skaglecker! Oh, Moment! Ein Hammerjäger? Augenblick! Roland will mit dir reden! Ich werde ihn per Echo rufen! Ah, du bist also derjenige von dem man so viel im Eter hört! Ich bin Roland! Früher war ich ein Hammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete! Wir ploddern weiter wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe! Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Rhys nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen um die Schilder der Stadt aufrecht zu erhalten zurückgekehrt ist! Bring Rhys nach Sanctuary! Dann bist du einer der Raiders! Roland hat dich kontaktiert? Gut! Hör auf das was er sagt! Der kann uns helfen, Jack zu besiegen! Khau? Ach! Ach! Umm! Euuuüss! Joa!